So, da sind wir, uah, nackt ganz schön, hey und herzlich willkommen zu uns beim neuen Let's Plays habe ich hier vollkommen wrong eingespielt, so mitten beim Bluebuff irgendwie dachte ich, ey komm, warte, das sind sie doch noch auf, deswegen gerade ein bisschen später und es wird wahrscheinlich jetzt wieder mehr solche Let's Plays geben, äh, es wird von beiden was geben, das ist ganz einfach den Grund, ich nehme ja prinzipiell ja alle Games mit, äh, die Dings jetzt auf, oh, was soll das denn? Da sind wir alle Games auf, Problem an der Sache ist nur, ähm, manchmal kommentiert die halt gleich, weil ich sag mal, jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt gerade nicht unbedingt viele Let's Plays haben momentan, sie kommentiert die gleich, äh, und manchmal halt nicht, so, wir spielen übrigens Chaco Ache, nummer so, ähm, für die, die sind interessiert, also mal einfach im Grunde, ich hab letztes Mal ja mit Chaco Ache, das hab ich so gebraucht, ne, bin ich mega abgegangen, und ich wollte das nochmal ranken testen, ja, und wie ihr euch euch das vorstellen könnt, wenn man am ranken irgendwas testet, was man sonst normalerweise gut kann, äh, dann, ja, der Mond tritt ein, das spielen wir ganz schnell, dass man das halt nicht kann. Ich bin da auf jeden Fall, äh, immer für Tipps bereit. Das wird ein Spaß! Da sag ich nicht nein zu Raka Mitte? lol Ich glaube die Dame hat noch nicht ganz verstanden, dass Soraka Mitte äh, nicht mehr funktioniert seitdem nur von Soraka. Ich bin da recht stark. Ein Verbündeter wurde getötet. Aber na gut. Er weiß, wie lange ich schon nicht mehr gespielt habe. Das könnte böse werden. Ich bin 500 fast, was ist der Real hier? Tschüs. Hallo? Kürz. Wir halten da mit Ausgehalten gerade. Das wird dein Spaß! Zuwach habe ich eh nicht mehr, dann geh ich mal weg. Ja, das war so klar. Ja, schön. Ah komm, die 35 Gold, warte ich. Wie gesagt, oh, das Mikrofon ist ganz anders, sehe ich gerade. Wie gesagt, ich möchte es einfach ausprobieren. Ich finde, dass Chaco ein ziemlich guter Jungler ist, wenn man ihn richtig kann. Ich wollte damit nicht ausdrücken, dass ich ihn kann, sondern wenn man ihn kann. Deswegen ist es auch immer noch mein Main. Auch wenn ich ihn nicht spielen will. Ich muss noch mal ganz kurz was ausschalten. Ich weiß nicht, ob die Aufnahme dabei jetzt ausgeht. Nö, ist angeblieben, super. Jetzt seht ihr mich, jetzt seht ihr mich nicht. Wie gesagt, das ist mein Main gewesen, schon immer und ich würde auch sagen, dass es immer noch mein Main ist. Wie kann ich die FPS darunter stellen, verstehe ich nicht. Ich habe übrigens gerade Bock auf, Moment, den Anfarbenblutmodus. Ein Verdünniger wurde getrunken. Gut, meine E und der Ex- und der Dings war vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben für das Vier, aber egal. So. Ein paar Blindenmodus hat man auch zwei, drei mehr. Chaco und Ex-Blooblies. Ja. Ein Gegner, der Gegner. Natürlich. Um seltenlich. Er hat eine Chance gegen Rhythmus, das sieht man nicht oft. Nicht oft sieht man das nicht oft. Ist übrigens ein normal, ganz normal, random pick. Nichts besonderes. Dann gehe ich aber nochmal back, bevor ich den Blue gebe. Jetzt seht ihr mich nicht. Jetzt seht ihr mich nicht. Dann bringt alles nichts. Morgens hat so wie viel kosten, die geboxten, 50. Warum habe ich die E-Geskilled? Oh, nein. Das mache ich echt scheiße, das ist unnormal. Warum skill ich die E-Geskilled? Mit einer noch, Pichaco? Das ist Schwachsinn. Nicht da. Warum greifen die die kleinen Würfe an? Oh, Leute. Ich habe schon wieder die E-Geskilled. Nein. Warum? Dann gehe ich nach dem Blueback. Ein Verwundeter wurde getötet. Jetzt seht ihr mich. Jetzt seht ihr mich nicht. Er müsste jetzt schon kommen. Hallo, Serat? Ihr seid der Angeschnitte. Tja, das kann ich jetzt völlig nichts dafür. Ein kleines Stückchen näher. Los geht's. Gegen Zix ist auch mies. Er muss eh warten, bis diese wieder da ist. Sonst bringt das gar nichts, wenn ich jetzt runtergehe. Maschinen, maschinen, maschinen. Dann hole ich mir noch schnell den da. Ein Gegner wurde getötet. Loos. Nichts. Nichts. Ein kleines Stückchen näher. Der AP? Ne. Ihr seid der Angeschnitte. Ich pinge es hundert Mal. Und du kommst nicht. Schau an den Chat. Das wäre dein Speise. Ihr habt gesehen wie oft ich das gepinkt habe und der hat sogar den Anschein genommen gemacht, dass er kommt und jetzt ein Sulkscheiß. Soraka hat ihr Blue, weil sie gerafft hat, wann sie sich holen muss. Ist doch nicht so schwer sich gemerkt, dass nach sieben Minuten der Blue kommt. Ich meine, ich muss gestehen, dass ich ja nicht in der Mitte spiele, selbst nicht auf den Blue so achte. Das hat aber was damit zu tun, dass ich den Blue in der Mitte nicht brauche. Ich spiele entweder Champions, damit die kein Blue benötigen, weil ich mich gar nicht darauf verlasse, dass der Jungler mein Blue Up gibt in Bronze. Oder aber, ich kaufe mir meine Munde mit den meisten anderen Champions. Das heißt, ich brauche den Blue Up gar nicht. So kann sie hier mit der Jungler und anderer den Blue Up nehmen. Ich spiele nicht oft mit Lane, also vielleicht nicht, wenn das jetzt irgendwie strange klingt, aber ich mache das halt so. Darum habe ich, wenn ich auf der Mitte spiele, überhaupt nicht im Kopf, wie spät es gerade ist. Ich spiele aber einfach und level hoch und... Ja, irgendwann ist es da Minute 12 und dann dachte ich mir so, wow, das ist jetzt so ein Blue Up und ja. So ist es ungefähr, wenn ich mit Lane spiele. Euer Team hat einen Turm zerstört. Weil mich da mega konzentrieren muss, weil ich halt wie gesagt nicht so oft mit Lane spiele. Ihr seid der Eingeschmierte. Achte ich doch auf keine andere Lane währenddessen. Aber ist ja okay, solange ich meine Lane nicht verliere, ist ja alles schön. Maschinen, Maschinen, Maschinen. So. Ich ziehe es da, aber ich gehe nicht, ich gehe weg. Ich habe kein Mana. So. Was hole ich mal als First Item? Ich glaube als First Item hole ich mir den Litch Bane. Wie unnormal. AP Jako First Item Litch Bane habe ich noch nie gesehen. So habe ich die Joke nicht verliere, dass jemand kommt. Hat nicht ganz gereicht, ich habe mir gedacht, was er vorhat. Und, kriegt er den noch? Nee, kriegt er nicht. Komm mal runter. Die anderen Lanes gewinnen ja easy gerade. Und, die sind, dass ich nicht die andere Male zu helfen werde. Und, das ist, dass man noch nicht mehr einiges passiert ist. Und, es hat eine sehr gute Meinung. Ein Verbündeter wurde gegeben. Oh! 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 Ja! Oh! 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 jetzt ist für mich läuft nicht die box macht die box nicht kaputt super counter junglen können und dann gehen wir weg obwohl ich komme hier noch was war das denn was macht die alte ach wurde das umgeändert bei soraka soraka have patch patch Wann wurde der ist die kuh von der wahrscheinlich wurde das hingepächt also neu gemacht habe ich nicht noch nie gesehen Gut wer spielt auch so rake heutzutage noch ne Die wurde total tot gedürft Meine die absicht war ja Soraka als supporter sinnvoller zu machen das einzigste was passiert ist Soraka ist als supporter und als mitlehrer komplett useless geworden Weil jeder andere Jeder andere support drückt er trotzdem noch irgendwie gewissen grund der welt aber so macht er gar nichts Ich hab die blume auf gerade gemacht Der blume ist auch stirbt doch wenn er möchte kann auch ein rap verfahren wollen wir nicht aber nicht dass sie das glücklich stimmt wenn ich will sagen aber dieses ding wenn ich diesen strich sehe ich habe so schiss da jedes mal so mal schauen ob api schako das auch schafft user join your channel hallöchen ich nehme mir gerade eine aufnahme das sieht mega knapp aus da kommt irgendwer blitzkrieg kommt wow toll also level 10 api schako schafft das gegen einen trager und dann müsst ihr gut rumhopsen müsst auch gut rumhopsen so mann jetzt holen wir uns erstmal die schuhe warum hängt meine maus holen wir uns noch einen counter ward los geht's dies ich wollte mir dann hol ich mir einfach mal noch den wort verkauf den wort und kauf mir verkauf den wort und kauf mir den wort ich will ein bisschen mehr mit dem counter ward arbeiten also wir müssen mal wieder ganken wir haben was 4 assists wo sieht es denn gut aus unser mittel sieht es gut aus da hat er zig gerade in der Mitte rumsteht dann wollen wir nochmal vorher absichern dass hier nicht die wilden runter kommt oder sowas vorher absichern dass hier nicht die wilden runter kommt oder sowas und dann geht's los dann können wir nochmal wir sind das stimmt wir sind wir sind hier aber wir sind haben wir wir sind Schade, ich dachte, den kriege ich. Egal, passt schon. Nice SS-Ball, was willst du? Du hast Doppelkriege gekriegt. Jetzt seht ihr mich? Jetzt seht ihr mich dicht! So, ja, alle Lens gepusht, was soll man noch denken? Ähm, Mann, hab ich auch grad keins mehr. Soll ich jetzt wieder weggehen? Ja, gegen Orger Blubob ist auch nicht da. Meiner kommt in 50 Sekunden. Jetzt seht ihr mich nicht! Ähm, ja. Wow! Wow! Wie ich ihn immer noch geholt hab! Alles Woll! Wow! Ohhh, oh ohhh, weggg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Oh, lege ... Ganz schnell weg Na gut Na gut wurde ich mit spähen und dann holen wir uns als nächstes holen wir uns jetzt damit ich im fight meine fähigkeiten habe wieder was sie haben aufgegeben lol sie haben aufgegeben weil dies